Derzeit sorgt ein berühmtes Add-on für Kopfschmerzen bei einem Top-Unternehmen, da es nicht gelingt, diese Person zu fördern. Sie versuchten, sie zu berühmten Veranstaltungen mit vielen A-Prominenten zu bringen, indem sie ihre Beziehungen nutzten, aber der Nutzen, den dieser Promi der Gruppe nach neun Monaten brachte, war null. Dies ist das größte Versagen, dem dieses Unternehmen seit seiner Gründung begegnet ist. Das genannte Unternehmen ist WME und der Promi ist Megan Makele. Wenn sich nichts entwickelt, wird Jace Muller im Frühjahr ein Treffen mit dem Vorstand haben, was auch ihre endgültige Frist ist, und Megan Makele wird vollständig aus dem Unternehmen entfernt. Die Sportagentin und ehemalige professionelle Tennisspielerin Jace Muller gilt als Pionierin für Frauen in der Branche. Sie ist am besten bekannt als langjährige Agentin von Tennis-Star Serena Williams. Smuller trat im April 2001 William Morris Endeavor Entertainment, WME, als Leiterin der Sport- und Unterhaltungsabteilung in ihrer neuen Geschäftslinie bei. Sie leitete die Bemühungen im Bereich Sportmarketing. Sie spielte eine entscheidende Rolle bei der Unterzeichnung von Megan, der Herzogin von Sussex, für die Klientenliste von WME im April 2023. Nach den herumfliegenden Gerüchten trafen wir am Wochenende einen Agenten bei WME. Nach ein paar Cocktails fragte ich, wie es mit WME und Megan steht. Wie kam es zur Vertretung? Warum haben sie sie unter Vertrag genommen? Wie läuft es? Was sind ihre Ziele? Und so weiter. Sie verdrehten die Augen und sagten, es ist eine reine Show. Wie es dazu kam, Jace Muller ist Serenas Agentin und ziemlich mächtig innerhalb von WME. So sehr die Royal Watchers auch glauben möchten, Serena und Makele sind ziemlich eng miteinander. Serena hat im Grunde diktiert, dass WME einspringen und Makele helfen soll. WME hatte eigentlich keine Wahl. Es gab nur eine Gelegenheit, als Megan ins Büro in Los Angeles kam, um an einer Strategiebesprechung teilzunehmen, und es wurde eine Mitteilung an alle Agenten geschickt, um sie zu ermutigen, Partnerschaften, Freundschaften und Allianzen mit ihren Klienten zu schaffen. Mit Makeles Klienten aus den Bereichen Schauspieler, Sportler, Events, Marken und so weiter möchte kein Agent kooperieren. Das Wort, das sie verwendet haben, um Makele zu beschreiben, lautet Kryptonit. Keine Klienten möchten etwas mit ihr zu tun haben, und keine Agenten möchten sie wirklich bei ihren Klienten fördern. Wenn sie Megan bei etwas sehen, einen Konzert, einer Kostner-Veranstaltung und so weiter, liegt es daran, dass die leitenden Klienten von WME oder seine Tochtergesellschaften bereits teilnehmen und darauf bestehen, dass sie als Zusatz aufgenommen wird. Die Organisatoren möchten sie nicht dort haben, werden jedoch dazu gezwungen. Sie hat nichts Eigenes. Alle hängen mit ihr mit. Megan möchte eine aspirierende, jugendhafte globale Botschafterin sein, hat jedoch nicht die erforderlichen Qualifikationen dafür. Sie möchte in Hollywood eine wichtige Rolle spielen, hat jedoch keine Erfolgsbilanz und möchte in der nationalen Politik am Tisch der Macht sitzen, aber kann die verdammten Mache nicht dazu bewegen. Die Agenten innerhalb von WME halten sie für einen Witz und ein Ärgernis, sie müssen sogar so tun, als ob sie sich bemühen würden, sie zu fördern. Wenn bis zum nächsten Frühjahr nichts hängen bleibt, wird die Vereinbarung aufgelöst. Im vergangenen Jahr war sie immer noch die zweithöchstverdienende Sportlerin der Welt, obwohl sie nur wie drei Spiele gespielt hat, Übertreibung, aber es waren nur wenige. Also ist Serena absolut immer noch eine Marke und verdient immer noch Geld durch Werbeverträge und Sponsoring-Deals, alles außerhalb des Platzes. Drei Brustwarzen und mehr als 50 Millionen Dollar, vielleicht mehr nach dem Rücktritt pro Jahr aus Werbeverträgen. Wenn WME 10% verdient, sind das leicht 5 Millionen Dollar pro Jahr an Provision. Und dieses Geld bedeutet Macht. Serena kann sich auf WME verlassen, aber jetzt ist das Geld, das Serena verdient hat.